Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf Altstadt. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 32 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 750 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020